Heute war die Sichtung der Athleten, weil es gibt ja drei sozusagen Schwierigkeitsstufen oder beziehungsweise Klassierungen, je nachdem wie gut jemand ist und das ist im Vorfeld sozusagen von den Coaches, von den Betreuern festgelegt worden und wir versuchen gerade herauszufinden, ob das auch stimmt. Das heißt, es nennt sich Assessment, Sichtung, Sichtungsfahrt, da wird geschaut, stimmt das, was die Coaches gesagt haben und je nachdem, ob die falsch sind, werden sie aufgestuft, abgestuft, wie auch immer. Das heißt, es war ein reiner Sichtungstag, wo man schaut, stimmen die Klassierungen. Das ist mein erstes Full Day, das Trip in Schlotming, mein erstes Full Day of being able to see competition in den Special Olympics World Winter Games. Es ist sehr spannend. The weather is great and we're very happy to be here. The great thing about Special Olympics is that whenever you see the athlete pushing himself or herself to a new level, getting the crowds to support them, you see a whole community coming together and it's a celebration every time. This time in history, to see this much unity, everywhere else so much division, but here it's unity. And I think this is the best moment right now.